Hi! 1Live hat mich gebeten, heute keine vulgären Witze zu machen. Also ja, mein Name ist Maria Clara Groffler und das war's von mir. Dankeschön! Spaß, Spaß. Ich darf sagen, was ich will. Also Pimmel. Pimmel, Pimmel. Ich wollte schon immer mal vor 14.000 Leuten Pimmel sagen. Ach nee, wir reden ein bisschen später über Pimmel. Ich stelle mich erst mal vor. Hi, mein Name ist Maria. Ich mache tatsächlich seit sechs Jahren jetzt schon Stand-up, also seit ich neun bin. Mein voller Name ist Maria Clara Groffler. Ich muss sagen, ich finde meinen Namen Groffler aber nicht so schön. Ich finde, das klingt irgendwie so wie das, was man auf dem Bau in so einer Trommel anmischt. So, ey Jürgen, pass auf, nicht reintreten. Der Groffler ist noch feucht. Ich habe so die Horrorvorstellung, dass ich irgendwann mal an der Baustelle vorbeilaufe und jemand sagt so, ey, pass auf, der Groffler ist noch feucht. Ich bin so, ey, die Groffler ist noch feucht. Respect my pronouns, bitch. Wirklich niemand denkt bei Gropplern was schönes. Ja, selbst meine iPhone-Auto-Korrektur macht aus Groppler grippaler Effekt. Meine Mutter, die hat es noch schlimmer als ich. Die heißt Grit Groppler. Ja, wirklich. Und ich habe meine Oma gefragt, warum sie sie so genannt hat. Und sie meinte dann, dass sie dachte, dass meine Mutter ja eh früh heiraten wird. Sie hat meine Mutter Grit Groppler genannt, um früh Druck aufzubauen. Deswegen hat meine Mutter mich auch Maria genannt, weil sie war so, du bleibst für immer Jungfrau. Ich war so, okay, dann bekommst du auch für immer keine Enkel. Und Gott war so, okay, dann brauchst du auch für immer keine Brüste. Ich habe meine Oma dann auch mal gefragt, ob sie noch Alternativnamen hatte zu Grit Groppler. Und sie meinte dann, dass meine Mutter aus einer Affäre entstanden wäre und ihr Vater war für Hoppla Groppler. Ja, ich habe auch mal die Herkunft von dem Namen Groppler gegoogelt und ich habe dann herausgefunden, dass es den Namen Groppler auch als Vornamen gibt. Und seitdem möchte ich unbedingt ein Kind haben. Ja, stelle ich mir vor, meine Tochter Groppler, Groppler, ist beim Arzt. Und der Arzt ist so, und ist Groppler denn Vor- oder Nachname? Und sie so, ja. Ich habe auch immer noch so ein bisschen die Traumvorstellung, dass ich irgendwann mal jemanden heirate, der Reiter mit Nachnamen heißt. Und dann heißt meine Tochter einfach Groppler, Groppler, Reiter. Danke. Ich hätte schon gerne irgendwann mal Kinder, aber aktuell nehme ich noch die Pille, weil ich will keine Teenie-Mutter werden oder wie wir bei uns im Osten sagen, Mutter. Da ist man schon mit 16 eine Milf. Ich muss sagen, ist schon krass. Die Pille ist eine krasse Hormonenbombe. Die täuscht dem Körper eine Schwangerschaft vor. Jeden Monat, 21 Tage lang. Das ist anstrengend. Ich bin müde. Ich bin kaputt. Ich habe jetzt mittlerweile 257 Schwangerschaften hinter mir. Das sind fast so viele wie die Mutter von den Wollnies. Und seit ich das weiß mit der Schwangerschaft, nutze ich das auch so ein bisschen zu meinem Vorteil. Wenn ich Bahn fahre, dann bitte ich jetzt immer, die alte Dame aufzustehen. Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten, aber hypothetisch gesehen bin ich schwanger. Ich trage in mir, was bei Ihnen bald zu Ende ist, Leben. Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen unfair, dass wir Frauen die Pille nehmen müssen. Es wurde tatsächlich auch mal an der Pille für den Mann geforscht. Aber die Forschung wurde dann eingestellt, weil zu den Nebenwirkungen zählten Gewichtszunahme und Stimmungsschwankungen. Ja, das wäre ja schrecklich. Stellt euch mal vor, Männer würden die Pille nehmen, ja? Testosteronspiegel geht runter, keine Lust mehr auf Sex, einfach alle Weltprobleme in sechs Sekunden gelöst. Ja, ich hätte schon irgendwann gerne mal Kinder, aber ich glaube, ich wäre keine gute Mutter. Ich glaube, ich wäre so eine richtige Hipster-Mutter. Ja, ich würde mein Kind nicht stillen, weil das ist nicht vegan. Ja. Das Einzige, was mein Kind bekommt, ist Chai Latte und Glutenentoleranz. Und ich würde es meinem Kind auch schon immer so direkt eintrichtern und so, schlaf gut, meine Süße. Und du hast Glutenentoleranz. Glutenentoleranz. Von Brot bekommst du durch Fall. Stirb. Ich würde meinem Kind auch immer so vegane Kinderlieder vorsingen. Schlaf, Kindlein, schlaf. Für dich gibt's heute nur Salat. Die anderen kriegen Bärchenwurst. Für dich gibt's jeden Tag Humus. Wenn ich ein Kind irgendwann gebären sollte, dann würde ich auf jeden Fall wollen, dass mein Mann dabei ist. Einfach, damit ich ihm die Schmerzen der Geburt dann immer vorhalten kann. Okay, du willst dich den Mehl runterbringen, weil dir das zu anstrengend ist. Weißt du, was auch anstrengend war? Die Geburt deines Kindes. Ich lag 36 Stunden in den Wehen. Also, ich weiß jetzt natürlich noch nicht, ob ich 36 Stunden in den Wehen liegen werde. Aber ich werde jetzt natürlich versuchen, so weit wie möglich rauszuzögern. Ja, bei drei Stunden kann es ihm ja nichts vorhalten, ja. Und die Hebamme sagt, pressen. Nein, nicht zusammen pressen. Raus pressen. Ich bin so, nein. Nein, nur noch zwei Stunden. Da muss ich nie wieder Fußball mit ihm schauen. Ich werde googeln, was der Weltrekord ist und ich werde versuchen, ihn zu brechen. Ich trage so ein Stirnband. Eye of the Tiger läuft. Bam, 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 bam. Meine Trainerin kommt rein, gibt mir einen Klaps auf die Muschi. Nee, schlapp machen. Meine Muschi ist bei der Geburt wie der Türsteher vorm Berghain. Da kommt niemand so leicht durch. Versuch's morgen nochmal. Ja, ich glaube, ich wäre keine gute Mutter. Ich kann meinem Kind auch absolut nichts bieten. Ja, nicht mal Brüste. Ich muss meinem Kind dann immer so Brüste auf Instagram zeigen. Hey, Schatz, guck mal, das sind Brüste. Mama hat leider keine und kann sich auch keine leisten, weil du bist so teuer. Ja, ich habe tatsächlich nicht so große Brüste. Ich hatte tatsächlich noch nie große Brüste. Überraschung. Und in meiner Schulzeit, meine ganzen Freundinnen, die hatten alle schon so viel früher Brüste bekommen. Ich hatte immer nur einen Brustkorb. Bei den anderen gab es für die Typen immer schon einen ganzen Mund voll. Bei mir gab es immer nur Rippchen. Meine ganzen Mitschülerinnen, die hatten dann auch alle schon so viel früher so BHs. Und ich wollte dann auch unbedingt einen BH haben für meine Nippel. Und ich habe mir dann so einen Dreifach-Busher-BH geholt. Und Leute, ich hatte auf einmal so richtig große Brüste. Das ist auch so ein bisschen mein Motto. Ja, einfach mit dem arbeiten, was man nicht hat. Bisschen unangenehm war es dann nur, wenn ich mit einem Typen intim geworden bin. Das war dann mal wie so ein sehr enttäuschender Zaubertrick. Brüste? Keine Brüste! Wo sind die Brüste? Es gibt keine Brüste! Und am Ende des Zaubertricks war der Typ immer weg. Der Typ hat das eigentlich auch mal mit dem Schluss gemacht, mit der Begründung, er mag keine Brettspiele. Ich war so voll enttäuscht. Ich war so voll enttäuscht. Ich war so, was ist mit Kniffel? Ich habe da auch noch eine Dose. Von demselben Typen habe ich zum Abschied einen Dickpick geschickt bekommen. Weißt ihr da von euch, was ein Dickpick ist? Zu viel Euphorie dafür. Entschuldigung, wissen Sie, was ein Dickpick ist? Ja? Weißt du, wie heißt du? Wie? Klaus. Klaus, Klaus, woher weißt denn du das? Klaus. Die Freundin hat es erzählt. Der Sohn hat es erzählt. Oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Sohnemann, würdest du es einmal noch mal kurz laut sagen? Was ist ein Dickpick? Weiß ich nicht. Okay, ich erkläre es trotzdem noch mal kurz für alle, die nicht wissen, was ein Dickpick ist. Männer verschicken in den sozialen Medien Fotos von ihren, ja doch meist sehr kleinen Pimmelis und wollen Frauen damit beeindrucken. Spoiler, funktioniert nicht. Ich kenne wirklich keine Frau, die es wirklich geil findet. Ich habe dieses Dickpick geschickt bekommen, fand es krass ekelhaft. Und dann habe ich überlegt, was kann ich ihm jetzt zurückschicken, um ihn anzuekeln. Was ist das weibliche Äquivalent von einem Dickpick? Ich habe ihm dann eine 17-minütige Sprachnachricht geschickt. Habe einfach von meinem Tag erzählt. Ganz ungefragt. Ich bin mir auch sicher, wie er reagiert haben muss. Und er bekommt dieses Dickpick. Er ist so, bah, viel zu lang. Schickt uns eine WhatsApp-Jungsgruppe. Und er so, okay Jungs, wir müssen uns jetzt aufteilen. Jeremy, du hast Minute 1 bis 5. Pascal, du hast Minute 5 bis 10. Und den Rest schaffen wir eh nicht. Und danach ist er so, okay Jungs, was hat sie geschrieben, was soll ich antworten? Und die Jungs sind so, wir haben absolut keine Ahnung. Aber du musst dir jetzt irgendwie vermitteln, dass du Interesse an ihrem Leben und an ihrer Persönlichkeit hast. Schick ihr ein Dickpick. Aber gib dir Mühe, ja, stell irgendwie so eine Blume daneben. Oder setz dir so diesen kleinen süßen Tequila-Hut auf, ja. Mach was draus. Ich hab diesen Witz jetzt mit einem Stand-Up erzählt. Ich hab gesagt, Stand-Up ist so voll viral gegangen. Der hat jetzt mittlerweile über eine Million Aufrufe. Und ihr müsst euch das so vorstellen, pro Clip-Click bekomme ich jetzt ungefähr einen Dickpick. Ich hab jetzt auch überlegt, so eine Agentur für Dickpicks zu gründen. So Typen können sich dann bei mir gute Dickpicks bestellen, um Frauen zu beeindrucken. Auf meiner Website kann man sich dann auch so gefälschte Lineale bestellen. Also das sind dann 20 Zentimeter. Oder man kann sich auch die Hand von einem Kleinwüchsigen mieten. Für jeden was dabei. Ich hab mal meine Mutter gefragt, wie es eigentlich damals war. Also vor dem Handy hatte man da irgendwie so ein Stempelkissen und ein Papyrus. Hat sein Pimmel so abgestempelt und dann kam so ein Bote angeritten. Hat die Papyrusrolle der Herzdame überbracht. Und die Frau wurde immer geiler, desto länger er sie ausrollt. Klaus, ist das wirklich deiner? Ich hab meine Mutter dann gefragt und sie meinte, nee Maria, wir haben uns damals Bilder von unseren Gesichtern geschickt. Bah, ist ja genauso ekelhaft. Leute, das war's von mir. Vielen Dank, mein Name ist Maria Clara Grepala-Effekt. Folgt mir auf Instagram. Dankeschön.